hallo youtube und ein gut kick an euch an eure youtube empfangsgeräte und schön dass ihr eingeschaltet habt zu diesem ich weiß noch nicht was mich erwartet white six talk first showing video ich weiß nicht wie wir es nennen sollen wir schreiben den 5 august 2024 und schreiben eine episode die ich noch nicht gesehen habe also ihr kriegt wirklich also die episode habe ich gesehen aber den teil von der white six habe ich mir extra noch aufgespart für den stream ich weiß nicht was mir widerfährt ich habe sehr viel angst ich habe sehr viel respekt davor ich habe ein bild gesehen und das war ein stuhl und mehr weiß ich nicht ich habe kein showing gesehen ich habe kein match gesehen ich habe gar nichts gesehen das heißt wir machen jetzt folgendes im stream wir schauen einmal als gab ein teaser video vorab es gab ein joe gacy video ein tape es gab einmal das match und wahrscheinlich dementsprechend den entrance das heißt wir werden auch das ganze match schauen ich bin gespannt ich bin sehr 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 gespannt und habe sehr viel respekt davor ich werde aber tatsächlich weil ich youtube nicht traue und auch nicht traue was hier passiert mehr die kopfhörer mal aufsetzen denn ich sage euch white six videos schneiden ist pain es ist sehr viel pain ja sehr 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 viel pain für euch auf youtube ihr kriegt natürlich jetzt nicht so viel mit aus dem einfachen grund ich muss halt immer sehr 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 viel rausschneiden schaut euch die videos einfach parallel an oder macht kurz pause und guckt das auch und dann steigt ihr wieder ein wenn ich mit meinem fazit komme wir gehen rein in video nummer eins von vier und zwar das habe ich tatsächlich schon gesehen shame on me weil die wwe das gestern abend schon geteilt hatte das hier ist ein video ja zu dem ersten match der white six und zwar the white six come full circle tonight raw highlights ja weiß nicht ob das raw highlights ist ich habe das gestern auch bei mir in die story gepostet glaube ich hier dadurch wusste ich dass da eventuell noch was kommen könnte und dann kam auch noch was die white six haben das auch gepostet eine kryptische nachricht ich tippe einfach darauf dass das das datum ist ich habe diesmal noch nicht mehr entschlüsselt haben geschrieben baltimore live is a circle und ich saß gestern abend auf der couch und habe das gesehen und dachte mir das hat das hat mich schon so ein bisschen gehittet für die die nicht verstehen was was das zu bedeuten hat genau vor elf jahren hatte die die white family ihr debüt match oder ihr debüt auftreten in baltimore genau vor elf jahren wrestling ist manchmal einfach schön es ist einfach schön und ich finde es sehr sehr krass das habe ich nicht erwartet dass die wwe das aufgreift und dafür wirklich nur mein video package macht ich lasse das einmal durchlaufen ich habe schon gesehen dass das einzige was ich schon gesehen habe es ist einfach was bray angeht es ist selbst es ist es ist wir sagen das seit den qr codes aber guck mal der mann ist und ich wollte euch den gleich auch noch mit auf den weg geben der ist jetzt ziemlich genau ein jahr verstorben und wir reden immer noch über ihn wir reden immer noch über seine storylines über alte sachen über neue sachen über qr codes was dieser mann hinterlassen hat ist wahnsinn unverendet aber wahnsinn kleiner hinweis dazu ich bin ja demnächst eine woche in urlaub also fünf tage und komme am 23 8 wieder also das ist der freitag und wir stream ja von freitag auf samstag in der nacht und wenn wir die nacht überwinden der 24 8 ist der einjährige todestag von bray verstorben letztes jahr am 24 nacht wird bestimmt ein ganz ganz einfaches ding für mich super easy ich bin ja beim thema bray wines sehr unemotional das ist das gute deswegen gucken wir uns das jetzt an geiler song also video packages kann die wwe einfach ich bleibe dabei es gibt kein kein unternehmen kein nichts was so krasse video packages macht wie die wwe das ist der wahnsinn das ist unfassbar und kann das sein dass wir dieses bild in der fülle zum ersten mal sehen so richtig voll aufgelöst das ist halt einfach eins der qr code bilder ich glaube vorher haben wir das noch nie gesehen ne voll gut voll gut richtig richtig gut ich musste gestern auch zweimal hinhören wirklich zweimal hinhören ob das nicht bo dallas spricht oder bray aber das ist halt wirklich bo und das ist halt schon wieder schön also ich glaube zumindest dass das bo ist weil das sind halt schon noch mal aktuelle themen die da so oder ich glaube setze die bray so nicht gesagt hat aufgegriffen das ist bo das ist bo da hörst du es wirklich nur minimal aber also 100 prozent bray hat das circle anders ausgesprochen bisschen rauchiger noch der ist ein bisschen rauch ich aber so die ganze stimmfarbe und so ist schon ähnlich ich brauche mehr davon ist ja ein kleiner reveal von den qr codes ja tatsächlich die sitzen hier an den kerzen so brauchst du echt immer noch mehr davon panda oder meinst du jetzt generell so von den video packages hey hau mich ganz ehrlich hau mich voll mit video packages ich kann mir das stundenlang geben die aufmachung davon ist was zwischen irre wahnsinn horrorfilm psychofilm ich weiß nicht was da ist ja alles drin aber wie gut das gemacht ist es ist emotional ist auch nicht zu emotional aber du siehst ihn immer wieder du siehst halt einfach wie dieser überschritt guckt euch das mal an wie schön der schnitt dazu ist habe ich gerade richtig guten frame erwischt so sachen halt sowas ist cool video packages einfach erzählen so auflösen selbst bei so dinge an die auf social media gepostet werden einfach so ein bisschen was ob man damals auf dem richtigen weg war ja safe ich hatte eh noch mal vor wenn ich vielleicht noch mal irgendwann qr code video machen und mal so noch mal den kintsuki die kintsuki seite und sowas abchecken ich weiß ja nicht ob der chat darauf bock hätte ich glaube schon ich glaube auch dass sowas sachen halt einfach dann im endeffekt ich meine du müsst ja irgendwann auflösen wie die vielleicht ja angesprochen worden und umgedreht worden so vielleicht kümmer das mal machen noch mal die kintsuki seite checken das müsste man dann wahrscheinlich nur zeitnah machen vielleicht machen wir das nächste woche vor meinem urlaub dass man dann noch mal ein bisschen detailliert reingehen könnte ja das passt dann ganz gut dann habe ich vielleicht so ein upload für den urlaub kann man vielleicht überlegen so ein paar sachen die man vielleicht da drin sieht aber so sachen da bin ich bei dir panda so bilder und sowas gerne auflösen den style darf man ja auch so weiter beibehalten so hier das ist ja auch der old school style also den den qr code style und dieses ganze gepaarte und so ist schon schon geil aber allein diese ersten sequenz hier mit dem haus macht mich so wuschig im positiven aber auch selten gesehen dass die wwe so ein video package als tribute macht für ein stable was gerade erst gekommen ist natürlich weil es halt mit bray zu tun hat aber das einfach so auf social media raushaut um die leute zu sagen erinnere also dass dass die wwe das so offensichtlich aufgreift und nicht nur über das kommentatorenpult sondern dem zuschauern sagt elf jahre ist es her zum debüt erinnert euch dran heute der kreis circle finde ich sehr sehr schön dass man da so achtsam und liebevoll mit umgeht dafür auf jeden fall mal für ganz ganz viel liebe ja immer show related sein aber hey die statue damals ereignis xy passiert zusammen haben mit beispiel dexter ist ja safe ich bin voll bei dir gerne also die müssen aber halt also die vielleicht müssen sie so machen so immer mal ein bisschen was mitgeben ich habe keine ahnung von wem das lied am anfang ist ehrlich nicht steht ja auch nie bei die wwe macht sowas nicht okay ich weiß nicht ob das auch in der show lief ja keine ahnung ich habe es vorher gesehen deswegen kann ich nur darüber beurteilen aber wahrscheinlich lief das auch in der show ich gehe davon aus weil das ist halt so wichtig für die show und um zu verstehen was das für eine große für eine große nummer ist ja dann gab es ein videotape und das wurde auch schon geteased mit einem bild auch von der white six selber und zwar kommt man schon sehen joe ich bin total durchgedreht gacy ich bin mal gespannt habe ich auch noch nicht gesehen die nachricht die die white six warte das kann ich euch auch noch mal ist vielleicht auch noch mal interessant ich denke mal dass das schon aufgegriffen wird das ist das bild was gepostet wurde gestern das hatte ich euch ja gerade schon gezeigt und das ist das bild das gestern gepostet wurde also statt letters in let you sin das heißt so viel sinn heißt so viel wie sündigen das sagt schon einiges aus gerade wenn so dieses sündigen ist ja super religiös irgendwo ein stück weit das ganze thema ist ja auch ein bisschen religiös also ich glaube entweder heißt das dass er sündigen darf jetzt dass er sich nicht mehr in acht nehmen muss oder die die sündiger sich schnappen beides könnte sein ja ich bin mal gespannt ich habe es noch nicht gesehen übrigens ganz kurz jedes mal wenn ich die sounds höre ich weiß jetzt schon dass ich vermissen werde ohne witz der kommt am besten raus aus dem stable was ist denn mit gacy los let me die jesus motherfucking christ alter ist der ist total geil ich wusste dass der geil ist aber ich wusste nicht dass er so geil ist meine güte wie geil sieht dieser typ aus ich kann es nur sagen ich liebe den kommen zu haustour woher kommt zu haustour komm raus ja ist das schön aber warte mal singt der das also ihr hört es auch ne singt der das ist müsste ja es würde ja sinn ergeben weil diese stimme eigentlich also irgendwie ist die stimme zu tief für joe gacy aber irgendwie auch nicht passend zu onkel howdy also vom gedankengang würde das sinn machen dass er da sitzt und so vor sich hin in trance und dann dass er dann dass er so in trance ist das meine ich halt irgendwie redet die stimme und zeitgleich ist auch noch der summ dann ist das krank dann ist das sehr krank also ich gehe damit dass das summen von joe ist und die stimme ganz normal von bo also ist mein gefühl you opened your heart to the man in the woods also er hat sich den mann der mann im wald bray why ii ist das synonym für bray why the man in the woods und joe gacy hat ja immer mit diesen vergleichen gekämpft also es hieß ja immer das ist der neue bray es ist halt unmöglich daran zu kommen wenn wir ehrlich sind ja und vielleicht soll das so ein bisschen so dieser überschnitt sein so der der neue bray wenn ihr versteht was ich meine er sagt letters in keiner oder letters in vielleicht verschluckt er das extra ein bisschen damit es klingt wie letters sin oder let you sin aber es heißt eigentlich letters in und vielleicht soll das so ein bisschen diesen überschnitt dieses übergreifende zeigen von bray auf joe oder umgekehrt sehr sehr sexy sehr sexy weil die bürde und ich glaube das klingt das kann ich auch nicht sagen ich glaube dass das ohne die situation wie sie jetzt ist sehr 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 schwer geworden wäre für joe gacy einen call abzukriegen weil der immer mit bray verglichen wird und wurde ich will nicht so weit gehen sein dass der neue bray da sind wir weit von entfernt aber der style die art und so die optik das macht schon viel aus ja man in the woods hieß glaube ich viel sogar in dem fall nicht nur bray aber warte mal nee das war was anders abandon all hope war das schild glaube ich das nicht auch das schild am white compound stand da nicht auch abandon all hope abandon all hope stand da ne okay denn es man in the woods könnte tatsächlich das synonym auch für den fiend sein warte mal warte 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 ihr müsst mal bedenken allein dieses soundfall ich weiß gar nicht von wann dieses video ist es ist uralt dieses es ist wahnsinn es ist so wahnsinn there you are there you are ich meine die worte von man in the woods können ja auch von onkel howdy an joe gacy übertragen sein ja von laura wyatt ich glaube nicht dass es ein bezug ist auf fiend ich glaube wirklich dass das einfach ist joe gacy hat auch die worte des man in the woods gehört wahrscheinlich einer seiner idole so wie er ektet und dann ist das aus ihm geworden was aus ihm geworden ist gerade so und ja geiles ding geiles ding sehr cooles ding finde ich schön dass man immer noch so kleinigkeiten rein interpretieren kann wenn das night bird ding ist jetzt auch noch nicht so ganz aufgelöst wer oder was das ist aber der sieht halt einfach geil aus als joe gacy sieht einfach einfach cool aus ja okay ja ich trau mich wirklich nicht nehmen ich habe ein bisschen respekt ich kenne mich halt so ich habe es nicht gesehen ich habe noch nichts gesehen es gab ein six man tech match zwischen den why it six und chad gable und den kreed brothers ich möchte vorab sagen ihr american mate tschuldigung nicht alpha american mate super klingt toll klasse ich möchte vorab sagen jeder der meine videos schon mal geschaut hat bezüglich bray white weiß ich habe einen persönlichen bezug dazu ich bin ich weiß nicht warum über emotional und sensibilisiert wenn es um das thema geht ja ich kann es euch nicht erklären aber der mann hat mich halt auch aus einer dunklen loch rausgeholt damals ich kann euch da also nicht jetzt so ein compound mäßig aber ihr wisst was ich meine deswegen ist das für mich ein besonderes ding und ich fühle damit ihr seht mich jetzt ihr werdet wahrscheinlich nicht viel von dem entrant sehen ich weiß nicht was passiert ich weiß nicht wie es passiert ich möchte aber nicht ausschließen dass ihr in wenigen sekunden mich nicht mehr optisch so seht sondern vielleicht etwas anders vielleicht bin ich auch irgendwie ein bisschen gebrochen oder so ich weiß es nicht ich weiß nicht was passiert ich werde versuchen und das habe ich bei der bray doku auch versucht meine meine horses zusammen zu halten und dass da nichts passiert habe mir aber sicherheitshalber schon mal ein sever hier hingelegt ich bin gespannt ich trau mich nicht ich trau mich einfach dieser stuhl macht mir schon fertig ich habe nur das bild und durch stuhl gesehen ich war schon emotionalisiert okay wwe wenn ihr mich liebt und wenn ihr eure fans liebt bitte 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 nehmt den song ich weiß nicht ob er es tut ich weiß nicht ob er euch das traut aber bitte nehmt ihn oder es kommt wahrscheinlich kommt die ganze zeit der das klavier weil sie vielleicht wenn der song kommen sollte sehe ich den eher bei haudi ich gucke jetzt auch nicht auf den chat der ist gerade mal ausgeblendet ich gucke jetzt nur hier drauf let's go boah ist das schön nein das war ein anderer ton nein macht es nicht es ist so krank alter wieso bin ich denn da so emotional wieso bin ich da so emotional ich verstehe das nicht weil ich verstehe es aber die haben es wirklich getan die haben es wirklich getan ich lieb dich so wwe du bist das beste produkt der welt wirklich oh mein gott die haben es wirklich getan das ist so krank meines war irgendwo ein stück weit absehbar aber ich irgendwie habe ich gedacht das trauen die sich nicht ne also wirklich ich habe gedacht die trauen sich das nicht jetzt weiß ich was ihr meintet also in mir als ich gerade immer rüber gesehen habe habe ich auch gelesen steinig schreibt auch hin der song ist auch einfach banger es gibt also man sagt ja immer dass das der originale white family song super krass ist und ist er auch aber der hier shader ist so der war damals schon bei seinem comeback so immer für mich hat ich habe das ja schon tausend mal erzählt der das comeback von braver einer phase wo es mir gar nicht gut ging wurde er zurückgekommen ist wo es mir einfach so so einfach eine ganz ganz schlechte phase hatte und ich weiß dass ich hier 20 minuten in diesen leeren monitor geschaut habe nach seinem comeback und ich verbinde sehr 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 viel mit dem song und man konnte ja nicht ahnen was passiert und dann dieses dass das irgendwann diese zeile die for me brother so relevant in einem song wird denn so 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 fies das klingt so schlimm das klingt so schlimm das klingt er ist für ihn gerade gestorben damit bau dallas irgendwo überhaupt dieses showing jemals noch kriegen kann so dass ich habe jedes mal dieses gedanken vor augen dass nur weil break gestorben ist bo gerade dieses showing bekommt und diesen moment bekommt und dann hörst du dieses langgezogen was so prägnant ist immer im refrain dieses die for me brother das einfach das ist so heftig und ich möchte ich möchte nicht in der situation was heißt ich möchte nicht ich glaube das ist wir sitzen immer so und das ist ich bin ja auch emotional aber ich glaube für für den bau dallas der da rauskommt und das für sein von seinem bruder machen darf ist einfach super krass super super kass das muss für den ganz ganz enormer krasser moment sein es ist wie panda hat das gerade schon geschrieben das ist irgendwo ein stück weit schön ist eine schöne homage einfach wie viel es ist alle ich finde halt ich habe ja auch angst dass man zu viel mit brain macht und das zu viel auf brain abmünzt aber ich finde stand jetzt findet man immer ein guter mittelmaß zwischen seine legacy am leben halten und sich selbst weiterentwickeln so er hat sich als character als onkel howdy und bau dallas weiterentwickelt auch in den promos die wir gesehen haben der bringt die leute weiter zeitgleich gibt es immer mal wieder so eine kleine spitze und so einen kleinen hinweis darauf auf die vergangenheit und sowas ja was soll ich sagen also das muss für bo dallas ein wahnsinns moment gewesen sein ich möchte das jetzt aber einmal ich möchte einmal nur ganz kurz diesen entrants noch mal schauen ich lasse den einmal auf ohne zu heulen ich habe mich jetzt einmal ausgeheult jetzt gucken wir den noch mal auf schön okay ist halt super smart gelöst den song zu behalten die leute kennen den song das schafft ein familiäres gefühl in der situation macht es sofort greifbar bei ihrem auftritt ja und du brauchst nicht der frauen das ist das gute ja du musst der frauen dich an und nee aber tatsächlich also wir wissen alle gerade so die letzten monate finde ich was team songs angeht also so sehr wir die wwe gerade lieben das ist wirklich ein punkt wo die noch arg daran arbeiten können sehr sehr arg daran arbeiten können und all rise ja und dann wenn du dann stell dir mal vor die müssten den team song und der frappel hand geben dem aber drüber schauen hat er getweetet du hast kein twitter das weißt du gar nicht da hier in dem fullmatch ist das drin ich weiß ja habe ich ja 30 mal gesagt rex dass wir das gucken dank für das ist es hier drin ja dann würde ich laufen lassen dann gucken wir jetzt einmal das match bevor wir gleich reingehen in die review und die den haben die den effekt extra drauf gehauen dass das so verschwommen ist ich denke schon oder ich hätte nicht gedacht dass ich den song noch mal höre okay geil geil okay die also dass sie sofort rein stürmen ist schon ist genau richtig gelöst nur um einmal kurz noch zu pausieren ich weiß also so ein bisschen was ja so ein bisschen das problem an der ganzen white nummer ist und wo man ja so sich so macht was die wild six angeht ist kriegt man wieder das ganze mystische in den ring transportiert so da habe ich halt hoffen das weiß ich ja nicht weil viele halt fiend nummer kritisiert haben weil es zu übermächtig war und allem drum und dran da bin ich jetzt einfach mal sehr gespannt wie man das darstellt ich habe aber wenn ich unten die länge des videos sehe schon mal ein bisschen hoffnung sie müssen halt schon auf denen habe ich bock ey auch ne ich ich muss sagen ich habe ja immer schon ich mag joe gacy aber ich mag bei joe gacy den ganzen in-ring-stil ja voll abgenommen also klar der hat immer noch ein bäuchlein aber der hat schon abgenommen jetzt schon mehr tag team muss als die usos tschuldigung ja also loomis ist auf jeden fall schon mal sieht das gut aus mal ganz kurz ein dings kann ich jetzt schon mal geben ein feedback also ich finde loomis immer noch gut aber ja ich finde auch loomis ist was flöten gegangen ich finde den immer noch cool aber dem ist was flöten gegangen und vielleicht liegt das wirklich an der schminke ich weiß nicht auch eben als der als er in dem ring gerobbt ist und da so gerutscht ist hat mir ein bisschen dieser komplett irre ich glaube das ist echt dieses die schwarze umrandung um die augen sonst so die haare so finde ich voll okay ich mag die so tatsächlich aber die augen stören mich ein bisschen war das bild alter könnte man das ausdrucken und auf eine karte als dual auto machen chat würde ich nehmen jetzt als dual auto ich habe das gar nicht so realisiert steini guter call alter das ist ja von hin ich habe gedacht die ja umgedreht tatsächlich die maske umgedreht also ihr müsst verstehen die maske von eric rowan ist praktisch so design seine alte hasen maske gepimpt und auf der hinterkopfseite hier ist die alte maske von luke harper und die haben die extra so gedreht übrigens bestätigst wieder nur dass von den drei bei wie heißen die american made brutus wirklich der schlechteste ist siehst du allein schon am mund soll der springt den am am unsaubersten julius ist eine maschine und chat brauchen wir gar nicht darüber reden ich glaube das könnte echt ein bisschen das verhängnis werden der kreed brothers also julius ist wirklich julius kreed ist bombastisch brutus hat einige einige patzer immer dabei ja für die körpergröße der ist echt ein bisschen ist echt nicht so schlecht eric ne und gutes tempo für seine größe ich hatte kurz angst alter weil mal ehrlich ne also ich mein du siehst es ja am entrance bei eric rowan guck dir mal diesen fleischklopps an was ist der wie groß ist eric rowan das interessiert mich jetzt mal eric rowan wo der ist zwei meter drei und wiegt 143 kilo guck mal wie der sich bewegt also das ist halt für zwei meter man wirklich schlecht macht er den roll machte diese rolle da völlig gestört jetzt schwingt ja nur was hat wieder mit lumis gemacht er hat ja nur noch zu fliegen und soja gut die wollen fliegen und springen aber überall rein dass ich war ich war klar muss das irgendwie rein weil für die optik so generell so für das gesamtpaket aber ich glaube wenn er die schwinke weg nimmst ist geil eine geile idee wenn du wirklich so so das ist mal was an es ist jetzt nicht super kreativ so aber den dann noch mal so runter zu drücken ww will never be the same again mächtiges bild mächtiges match cool sehr gut ja ich finde ich finde den finde ich auch nicht so cool ich glaube dass ich das ist der einzige finisher bleiben wird aber so von wenn du so drüber nachdenkst dass er mercy de buzzard ist also das muss also eine high fly aktion sein ist jetzt kein high flyer in dem sinne lumis finde ich die idee eigentlich sehr geil das ist der den du halt am ehesten umsetzen kannst in den finisher kannst du vielleicht ein bisschen kreativer lösen ich hätte mir auch vorstellen können wie so ein es sei wie ein sturzflug so weißt du so in die richtung so beute fangen oder so das ist das schon ganz cool also jetzt auch nicht überragend aber schon ganz gut ja also weiß ich nicht ich also in erster linie bin ich also fangen wir mal damit an ich bin schon mal beruhigt dass sie nicht komplett übernatürlich dargestellt werden ich hatte wirklich ein bisschen angst davor wirklich ein bisschen angst davor dass das so ein defiend 2.0 wird so alle kommen mit maske raus jetzt kann ich auch links glaube ich aber gleich alle kommen mit maske raus alle sind super euphorisch und also vor ich alle sind super über natürlich dargestellt und kannst du nicht besiegen was gut ist ist dass die alle ihre masken abhaben die haben aktionen eingesteckt ja auch eric rowan als das monster da drin hat eine hat aktion eingesteckt also der so das mächtigste da ist also die wirken auf jeden fall nicht unbesiegbar und das ist mir persönlich erst mal wichtig weil ja sonst wird das halt alles so da kannst du kaum mit fiebern also die ersten matches von fiend waren über alles cool aber mit fiebern schwierig so weil ich habe nie daran geglaubt dass die fiend match verliert und dann kam goldberg ist egal deswegen finde ich die darstellung gut ich finde es gut dass sie jetzt schon zwei drei tag team moves drin haben die auch gut aussahen also paar gute sachen waren dabei gibt es einige tag teams die es bis heute nicht geschafft haben irgendwie sich ein bisschen was auszudenken obwohl sie im tag team sind ich sag da nichts zu dementsprechend bin ich gespannt was da noch kommt ich meine das ist jetzt natürlich auch noch mal eine andere dynamik die werden ja auch nicht immer zu dritt in den ring gehen ich denke dass wirklich gacy und lumis das tag team bilden werden dass eric rowan auf die big man gehen wird die dann immer so ein bisschen um die ecke schallern und hau die wird für die big player drin sein ich könnte mir auch vorstellen dass noch mal ein hau die gelbe match kommt deswegen nicht auszuschließen fand das match gut war jetzt also war okay war gut war nicht langweilig war interessant du wolltest jetzt das erste mal sehen die haben aktionen die haben sich was ausgedacht die sehen cool aus und hier kriegt der ein hot take von mir der erste champion aus diesem stable wird joe gacy finde ich ja wirklich das einzige was ich gar nicht abgeholt hat sich was ein cooles match mit dem einzelnen homage audi reaktion und so weiter es soll zudem auch american mates dann nicht super kacke aus und chancenlos ja der finisher bin ich bei dir ein bisschen underwhelming also für leute die so brutal dargestellt werden bin ich bei dir weißt du vielleicht ist ja auch ein bisschen gebotscht panda ich möchte nicht ausschließen vielleicht wollte der den also ich glaube dass der cool aussieht wenn du wirklich diesen eric rowan da stehen hast und der den runter drückt so richtig weißt du ich sagte aber auch also ich glaube nicht dass die so viel in freeway matches antreten werden so viel gegner gibt es ja nicht da wird ja nicht immer eric rowan mit dem ring stehen denke ich und das kann jetzt zum beispiel kein gacy machen also können der machen sieht aber wenn gacy dann loomis runterdrückt hat irgendwie wahrscheinlich auch nicht cool aus ich glaube dass das jetzt einfach so eine kurzfristige sache war der hat ja auch vorher zwei drei aktionen eingesteckt erst den head slam da den head choke slam von eric rowan dann die powerbomb und dann das dass man da schon den pin kassieren kann auch stark dass gable den pin kassiert ist krass weil der auch immer der ist der weggelaufen ist aber sonst bin ich bei dir homage hau die reaktion und für mich ein klares zeichen dass wir hau die so ständig im ring sehen werden ich glaube das wird ein bisschen dauer ja ja ich weiß das kommt noch dazu steini hat man sich vielleicht nicht so ganz viel gedanken um gemacht ich glaube ich glaube wirklich nicht dass das der finisher sein wird mein gefühl stand jetzt aber wirklich nach ende von mir aus wirklich nach der powerbomb wo hast mercy quasi einfach auf die wirft der hat gefühlt ko dabei geht so die wins hold ja ist aber auch nicht so spektakulär einfach einen drauf werfen so raten wir mal ab also ich mache jetzt also ich mache jetzt die matchqualität nicht an dem finisher so fest ich hätte mir auch ein bisschen mehr gewünscht ich fand aber also das match an sich fand ich gut beim finisher hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht match an sich zeigt schon ein bisschen wo es hingeht ich habe lumis noch nie so häufig fliegen sehen rohan sah fit aus und joe gacy ist halt ein irre joe gacy könnte joe gacy könnte die überraschung werden ich habe nicht damit gerechnet dass joe gacy dass joe gacy so zündet so und jetzt was jetzt hast du meine reflektierte meinung für mich war es gut ich fand das showing gut ich finde sie werden menschlich dargestellt das freut mich jetzt möchte ich jetzt hast du meine etwas befangenere meinung jetzt möchte ich eure unbefangene meinung jetzt hast du dexter noch kaputt machen von panda ja gar nicht so investiert wie du nachdem sie off-air gegangen sind bin ich ja weiß also ja als piraten gimmick ja da kannst du auch jack sparrow sagen ich will jetzt gar nicht so weg also ich finde jetzt optisch nicht in die richtung das bild das bild sagt mir jetzt nicht dass es dexter loom ist keine ahnung so vom outfit her nicht mit den tattoos nicht kein stirnband dass die zeit nicht verfolgt das kann gut sein ja aber hat sie ja so versaut ja hilfe zehn von zehn gacy geil bei twitter gab es das war wir waren genauso finnig hat man sich irgendwie was anders erhofft von move technik rest war stabil fürs erste finde ich auch das kann halt das kann halt echt sehr sehr geile geile sachen öffnen die frage ist ist das jetzt durch mit chat gable und co weil das tag team match haben sie clean verloren ich kann mir nur noch vorstellen dass chat gable vielleicht noch mal in richtung haudi geht kann mir das irgendwie mal jemand bei dings schicken vielleicht bei discord oder so vielleicht jetzt gegen judgment day ich glaube judgment day ist gerade erstmal mit sich selbst beschäftigt um ehrlich zu sein das nach wo habe ich auch noch nicht gesehen oder hat das irgendjemand in dem discord gepostet hier oder so jetzt kann ich ja da reingehen bin ja heute nicht so wirklich aktiv gewesen vier minuten okay ich finde es immer wieder beeindruckend wie hell das eigentlich ist und wie dunkel das im fernseher aussieht ne ich habe gerade mal auf eine sache geachtet ne checkt mal michael cole dahinten wie der mitschwankt und mitwippt das ist richtig süß guck mal nur michael cole oh mein gott oh mein gott eric rohan ist wirklich wie so ein richtig 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 großer süßer bruder ne so ein geiler typ man wirklich ich glaube einfach ich glaube wieder sich den noch mal packt so noch mal stärke zeigt so wie ein leader in der gruppe obwohl er nicht der leader ist plus du weißt ja nicht wie das unter der maske gerade wirklich aussieht bei haudi bei bo weil das glaube ich schon sehr sehr emotional ist also glaube ich nicht bin mir sicher weil das das erste match hast du jetzt monatelang daraufhin gefiebert mit dem aufbau und sowas mit den qr codes mit dem stable mit den videos und allem drum und dran die ersten promos und jetzt kommt zeit darauf an das ist jetzt das erste showing und jetzt heißt es zu zu zeigen zu performen eric rohan ist so ein geiler typ guckt euch das an cooles ding sehr 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 schönes rundes ding ich bin ich bin sehr gespannt was die nächsten wochen so bringen ich denke wir müssen irgendwann muss man auch den moment natürlich haben wo sich das alles so ein bisschen ein bisschen löst von der homage und dann halt einfach ihr eigenes ding machen das wird auch kommen ich finde das auch immer noch voll im rahmen und auch gerade noch passen auch wenn man muss macht gerade das erste match und sowas alles cool ich denke das wird dann irgendwann kommen also wird sich da nie ganz lösen können von gerade wenn man den theme song nutzt sollte man auch glaube ich nicht weil das bestimmt auch für viele stories sehr sehr wichtig sein kann ich bin sehr gespannt ich bin wirklich sehr sehr gespannt wo das hinführt ich bleibe dabei gacy ist für mich der tipp nummer eins für einen für einen title irgendwie so das ist mein erstes gefühl was ich habe dabei was denkst du welches ple debüt wird ja bad blood wäre schon wie gemacht ne ich meine ich gebe nicht ganz die hoffnung aus darf man die vielleicht doch in deutschland sehen so weil sie nicht man darf ja träumen ne ich weiß es war aber gunther ist auch war weiß auch ich weiß aber man darf ja ein bisschen träumen lasst mich träumen weil vielleicht sind die auch für belche in berlin angedacht und dann denken die ja wir kommen auch ein bisschen früher dann sind wir mal auf den haushows und sagen hallo dann sterbe ich falls euch das gefallen hat jetzt wird es langsam wahrscheinlich wirklich ein bisschen weniger mit den white six videos weil jetzt kommen wir langsam in die ernsten sphären und ich glaube gleich wird noch ein bisschen was über die charaktere erzählt und gleich gleich noch mal was storylines an aber ich vielleicht ist das auch der perfekte abschluss für die white six videos wenn es dann jetzt in die richtigen storylines reingeht ich möchte nicht zu früh schreien aber warten wir mal ab ich glaube dass das tatsächlich der fall sein kann aber wenn dann war es eine sehr schöne zeit was ich verspreche ist dass wir auf jeden fall noch mal so die kintsuki page und noch mal so ein zucker kurz abchecken und gucken ob wir dann noch was rausziehen können ja auch schon die fünfte ankündigung ja ich wusste ja nicht dass die es so gut aufziehen hey youtube falls euch gefallen hat einen daumen da lassen gerne abonnieren ja immer immer gern gesehen und gerne einen kommentar wie ihr das segment fandet ich wünsche euch einen wunderschönen resttag und sage und verabschiede mich mit einem gut kick bis zum nächsten